Widder. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute bietet sich dir eine einmalige Gelegenheit für finanzielles Wachstum, Widder, denn jemand mit Einblicken und Erfahrung könnte mit Vorschlägen auf dich zukommen, die dein Einkommen verbessern. Diese Gelegenheiten, die möglicherweise mit neuen Unternehmungen verbunden sind, erfordern von dir eine sorgfältige Prüfung. Auch wenn die Begeisterung für solche Aussichten natürlich ist, ist es wichtig, pragmatisch vorzugehen und alle möglichen Ergebnisse und Auswirkungen abzuwägen, bevor du irgendwelche Verpflichtungen eingehst. Vielleicht findest du unter den angebotenen Optionen eine, die perfekt zu deinen Vorstellungen passt, während eine andere deutlich von deinen Erwartungen abweicht. Nimm dir die Zeit, jedes Angebot gründlich zu prüfen, bevor du eine Entscheidung triffst. Der Tag ist voller romantischer Möglichkeiten und lädt dich dazu ein, deine übliche Zurückhaltung abzulegen und deine Gefühle offen zu zeigen. Dieser Gefühlsausbruch kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, von einem temperamentvollen Spiel mit deinem Haustier bis hin zum Händchenhalten mit deinem Partner bei einem Filmabend. Heute geht es um den Ausdruck deines Herzens, also tauche in Aktivitäten ein, die deine innersten Gefühle ansprechen. Egal, ob es sich um eine große Geste oder eine einfache, bedeutungsvolle Handlung handelt, dass dich von der leidenschaftlichen Energie des Tages anstecken. Denke daran, dass der Tag dir gehört und dass es keine Grenzen gibt, wie du deine Zuneigung und Freude ausdrücken kannst. Deine derzeitige berufliche Situation mag in mancher Hinsicht befriedigend sein, aber vielleicht stellst du auch die übergeordneten Ziele oder die ethische Ausrichtung deines Unternehmens in Frage. Wenn dich solche Bedenken belasten, ist es wichtig, deine Gedanken zu äußern. Wenn du deine Sichtweise zum Ausdruck bringst, kann dies nicht nur zu einem konstruktiven Dialog führen, sondern auch dazu, dass du von deinen Vorgesetzten und Kollegen respektiert und ernst genommen wirst. Deine Erkenntnisse könnten zu positiven Veränderungen oder zu einem besseren Verständnis der Unternehmensvision führen und diese besser mit deinen persönlichen Werten und beruflichen Zielen in Einklang bringen. Wenn du heute am Valentinstag alleinstehend bist, kannst du dich auf eine große Welle der Begeisterung einstellen. Das Universum hält eine wunderbare Überraschung für dich bereit und schickt dir einen positiven Impuls direkt in dein Herz. Vielleicht triffst du im Laufe deines Tages auf jemanden, an den du schon lange denkst, vielleicht einen lang vermissten Freund oder eine potenzielle Liebesbeziehung. Dieses unerwartete Wiedersehen wird ein Katalysator für Freude und Verbundenheit sein und den Funken der Aufregung und der Möglichkeiten neu entfachen. Nimm diesen zufälligen Moment mit offenen Armen auf, denn er könnte zu neuen und wunderbaren Erfahrungen führen. Vertraue auf die wohlwollende Führung des Universums und erwäge, den ersten Schritt zu tun, indem du auf diese Person zugehst. Lade sie zu einer Tasse Kaffee oder einem Spaziergang im Park ein. Heute entfaltet sich die Liebe auf ganz unerwartete und wunderbare Weise und hinterlässt ein Herz voller Wärme und Glück. Es wird deutlich, dass deine derzeitigen Beziehungen vielleicht nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen oder deines. Aber vergiss nicht, dass eine Veränderung in greifbarer Nähe ist, wenn du sie wirklich willst. Du bist nicht derjenige, der in einem Umfeld gedeiht, das deinen kreativen Geist einschränkt. Habe den Mut, die Veränderungen anzustoßen, nach denen du dich sehnst. Das Leben bietet so viel mehr, und du bist es dir selbst schuldig, den Reichtum und die Tiefe zu suchen, die du erleben kannst. Scheue dich nicht, mutige Schritte zu unternehmen, um die erfüllenden und dynamischen Beziehungen zu verwirklichen, die du verdienst. Der Valentinstag könnte in diesem Jahr turbulent beginnen, denn der Transit des Mondes in den Stier sorgt für anfängliche Unstimmigkeiten, da er mit Pluto und Mars in einer Linie steht. Es ist wichtig, Ruhe und Geduld zu bewahren, vor allem, wenn die Ereignisse des Tages nicht perfekt mit deinen Hoffnungen übereinstimmen. Die Atmosphäre wird sich jedoch ändern und stabiler, verständnisvoller und vielversprechender werden, wenn der Einfluss von Saturn und Jupiter zu dominieren beginnt. Im Laufe des Tages wird das Umfeld ideal für die Pflege von Beziehungen und die Möglichkeit, langfristige Verpflichtungen und Träume zu besprechen und zu festigen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Taro-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Taro-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die Zehn der Kelche ist eine Karte, die ein hohes Maß an emotionaler Zufriedenheit und Glück in deinen persönlichen Beziehungen und deinem Familienleben symbolisiert. Sie spiegelt eine Zeit wider, in der du dich mit den emotionalen Beziehungen, die du zu anderen aufgebaut hast, vollkommen zufrieden und glücklich fühlst. Diese Karte unterstreicht das Gefühl der Einheit, der Liebe und des gegenseitigen Respekts in deinem engsten Umfeld und trägt zu einem tiefen und dauerhaften Gefühl der Freude bei. Sie ist eine Aufforderung, die starken emotionalen Bindungen, die du mit deiner Familie und deinen Freunden teilst, nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu feiern. Die Zehn der Kelche deutet darauf hin, dass diese Beziehungen eine Quelle tiefer Erfüllung und Freude in deinem Leben sind. Das As der Kelche steht für den Beginn neuer emotionaler Erfahrungen und signaliert das Aufkommen neuer Gefühle der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Zufriedenheit. Diese Karte zeigt das Potenzial für neue und tiefe emotionale Verbindungen an und deutet darauf hin, dass du dein Herz für neue Liebeserfahrungen öffnest. Es könnte auf den Beginn einer bedeutenden emotionalen Reise oder Beziehung hindeuten, die Möglichkeiten für Liebe, tiefe Verbindungen und spirituelles oder emotionales Wachstum bietet. Das As der Kelche ermutigt dich, die Fülle der Liebe um dich herum zu begrüßen und anzunehmen und dir selbst und anderen mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Diese Karte verkörpert die Qualitäten von Verantwortung, Verlässlichkeit und Zielstrebigkeit. Der Ritter der Münzen steht für eine praktische, fleißige und geduldige Denkweise, die für die Verwirklichung deiner Ambitionen unerlässlich ist. Er steht für eine engagierte und fleißige Person, die bereit ist, sich für langfristige Belohnungen und Erfolge anzustrengen. Diese Karte erinnert dich daran, wie wichtig Disziplin und methodische Planung in allen Bereichen des Lebens sind und ermutigt dich, beständig und beharrlich auf deine Ziele hinzuarbeiten. Die Kombination der Zehn der Kelche, des As der Münzen und des Ritters der Münzen in dieser Deutung deutet auf eine Zeit hin, die von tiefer emotionaler Erfüllung und dem Potenzial für neue Anfänge in deinem Gefühlsleben geprägt ist. Die Zehn der Kelche deutet auf eine Phase der Zufriedenheit und des Glücks in deinen Beziehungen hin und unterstreicht die Bedeutung des emotionalen Unterstützungssystems, das du mit deinen Liebsten hast. Das As der Kelche eröffnet dir die Möglichkeit neuer emotionaler Erfahrungen und Verbindungen und weist auf eine Zeit der emotionalen und spirituellen Entwicklung hin. Der Ritter der Münzen erdet diese emotionalen Erfahrungen mit einem Aufruf zur Verantwortung und Sachlichkeit und erinnert dich daran, dich zu konzentrieren und fleißig auf deine langfristigen Ziele hinzuarbeiten. Diese Tarotdeutung deutet auf ein harmonisches Gleichgewicht von emotionaler Freude, neuen Anfängen in der Liebe und stetigem Fortschritt hin. Es deutet darauf hin, dass du sowohl emotionale Zufriedenheit als auch materiellen Erfolg erfahren kannst, wenn du dich der Liebe hingibst, tiefe Beziehungen pflegst und diszipliniert vorgehst. Untertitelung des ZDF, 2020